Hallo zusammen, ich bin Ceyla und ich mache die Lehre als Informatikerin in Fachrichtung Plattformentwicklung hier bei uns im BIT. Willst du wissen, wieso das die beste Lehre ist? Dann komm mit mir mit. Beim Daily Standard Meeting besprechen wir die heutigen Aufträge. Mir ist wichtig, dass alle wissen, was zu tun ist. Bei meiner Arbeit ist es oft so wie bei meinem Hobby Fussball. Erfolgreich kann man nur sein, wenn es im Team gut läuft. Schon als Kind habe ich mich gerne mit technischen Geräten beschäftigt. Darum zeige ich euch heute, wie ich einen Router konfiguriere. An meinem Arbeitsplatz konfiguriere ich den Router. Wenn du gerne Probleme lösen und vernetzt willst, dann ist die Lehre als Informatikerin genau das Richtige für dich. Mit meinen Kollegen diskutiere ich sehr gerne über komplexe Zusammenhänge. Und das ist genau das, was meine Aufgabe so spannend macht. Was mich immer fasziniert, ist das Rechenzentrum. Bei uns gibt es gerade mehrere davon. Und das Beste ist, meine Arbeit ist jetzt auch ein Teil davon. Wie du siehst, habe ich heute eine tolle Aufgabe erledigen dürfen. Wenn dir das auch Spass macht, dann ist die Informatik das Richtige für dich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.